Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute könnt ihr mir bei diesem Bild über die Schulter sehen und es ist wieder ein kleines, feines, schnelles Bild. Ich habe hier wirklich nur drei Farbtöne genommen. Das ist das Gelb, das Türkis und das Blau. Und ja, ich finde es so richtig, richtig schön, zart. Ja, wieder mal Türkis, Blautöne, ich liebe das. Und es sieht aus, als wären lauter kleine Segelboote am Wasser. Komisch, ne? Was da so alles entstehen darf. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen, beim Selbermachen, beim Kreativsein, beim Ausprobieren. Und über einen Daumen hoch, ein Abo und oder einen netten Kommentar von euch. Freue ich mich wie immer sehr. Und schon geht's los. So, hier seht ihr meine Materialien. Mein Ziegenhaarpinsel, den Breiten. Ich habe hier noch einen Spachtel mit dabei, die brauche ich aber nicht. Dann den 10er Rico, die Farbe, das Pappteller und hier mache ich auch schon die Farbe drauf, von hell nach dunkel. Nur so einen kleinen Klecks. Bitte nicht hinterher wegschmeißen, die Reste, die kann man wieder verwenden, wieder vermalen. Ja, und hier mache ich mit dem Ziegenhaarpinsel, male ich mir jetzt wieder, mache ich mir wieder Wasser drauf. Und lasse nur einen kleinen Streifen trocken. Und in den lege ich jetzt die meiste Farbe rein. Und ja, und schon geht's los. Der Ziegenhaarpinsel ist da natürlich klasse. Da kann ich viel Wasser aufnehmen. Habe auch wenig Kontrolle, aber das macht überhaupt nichts. Manchmal ist es ganz gut, wenn man weniger Kontrolle hat. Und es macht einfach Spaß, das Wasser draufzulegen und dann zu drehen, zu wenden, die Farbverläufe zu beobachten, was sich da draus ergibt. Und dann komme ich auch schon nochmal mit meinem kleinen Rico, mit dem 10er, mit dem male ich also total gern. Den habe ich auch schon sehr, sehr lange. Und das mache ich so lange, bis mir wirklich gefällt. Gehe nochmal mit der Farbe etwas rein. Nimm noch etwas weg mit dem Ziegenhaarpinsel. Leg hier wieder Wasser drauf. Und der ist richtig, richtig gut. Also ich bin begeistert. Ich habe ihn erst vor kurzem mir gekauft. Aber der ist klasse. Ja. Und jetzt bin ich wieder aus dem Bild. Komisch, ne? Irgendwie kann ich die Einstellung immer so machen oder nie so machen, dass ich wirklich drin bin. Naja. Etwas besser, glaube ich, ist es diesmal. Beim nächsten Mal wird es wieder noch besser. Noch etwas von der Farbe wegnehmen, bis es mir gefällt und schon sind wir bei den Detailansichten. So schnell kann es gehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Selbermachen, beim Kreativsein. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.